genau laufen die ziele an und dann wieder falsche taste gedrückt ach ja ich begrüße euch ein ganz herzlich zu einer neuen runde hand showdown sogar mit dlc waffen und mit nerfigen zombies so tschüss runde alter die waffe ist aber gut das unglaublich weil ich habe jetzt immer wenn ich einmal geschossen habe habe ich gleich alles weggerotzt was mir im weg stand auf jeden fall oh nein wo ist sie diese blöde saatmut da muss ich komme ich dich ran muss ich von oben oh gott das kann mich wieder nicht heilen hier muss sie warten bis die vergiftung vorbei ist das war es war mutter hat mich platt gemacht sind so ätzend gerade ich stand da oben auf dem dach ich habe so oft rumgerotzt und habt ihr einen verpasst genau ich muss mal kurz weil ich sehe sie überhaupt nicht von unten was sie denn da hat aber auch löst mal das probleme die gibt mir umzeige so ich glaube ich hoffe da waren ja auch zwei oder drei und so hat er diese saaten wo diese da kommt wer zur rettung landen du wirst aufgehoben mal lieber aufgehoben als aufgeschoben definitiv ich gucke mir mal ob es hier irgendwo heilung gibt oder sonst so sieht nicht so aus da gibt es munition drinnen oh ja und es gibt heilung was nicht durch ja dann nimm du erst die heilung und ich kümmere mich um die munition ok hier gibt es noch mehr munition deine munition ist bereits voll sagt da vielleicht kann man nämlich dann meine ist hier gibt es auch noch so ein heilungs ding alter hier ist alles voll mit munition deine gesundheit ist bereits voll sagt das gibt es so ok dann kann man ja zu diesem ding sprungst du ich glaube die gegner sind in der nähe oder hinten im shop so einem blösen wir mal hier das rätsel bekommen ein hinweis sich unten wem warte dann komme ich wieder runter so dann gucken wir mal war hier in der nähe nicht nur 1 warte mal ich komme der meinte ja das gut das gut da in die richtung ist da kann man ja genau kann man lucky lucky machen und dann werden wir zum extraktions punkt oder sind hunde die punkt 1 system anmachen gucken wie viel sind denn hier nicht das so da angesprochen kommen oder so war nur der eine ne es war noch links einer auf jeden fall zwei nach links drei links mann ihr widerlichen erbärmlichen leichen ficker die gehen wir ja so umsacke jetzt brenne ich jetzt blutig ich weiß gar nicht was zuerst stoppen soll so der brand ist gelöscht jetzt können wir noch mal eine spritze setzen einfach alles auf einmal stoppen hast du noch spritzen ja habe ich noch achte meine blüte alter warum verträgt denn der so viel ich habe genau ein paar mal getroffen heftiger type irgendwie wie asterix und obelix und fast gefallen das war ja obelix natürlich auch keine mit schalldämpfer ja ich finde schon aber ich treffe trotzdem nicht deren schädel so gut ich versuche zu üben ja was interessant ist wir haben jetzt hier auch wieder nur ein rätsel ne also jedenfalls ein endgegner reiche hier drin ist es ach du scheiße was dann hast du geschossen aber da sind drei stück drin aber ich habe alle platt gemacht gott sei dank das war ja übel so munition aber die kann ich nicht nutzen es ist direkt vor uns hier ok der endgegner sozusagen als dieses schiech der assassiner dann komme ich dir mal hinterher ich weiß nicht wir könnten auch einfach rausrennen ja vielleicht ist das auch gar nicht mal verkehrt schnauze kommt da aus dem dunkeln und macht spielt hier huibu oder was so bei mir genau richtig ach ja da war ja eine geldkassette ja ich dachte die hat bei dir irgendwie nicht funktioniert ach so ne ja hab ich gar nicht hab sie zwar gesehen aber so irgendwie ignoriert oh die gegner kommen ja ja ich also ich glaube gewitter ist immer ist immer ein zeichen für dass die in der nähe sind ja wir könnten rausrennen aber ich höre sind ja das sind zwar von mir kurz die kommen ja von da wo ich jetzt hin renne ich renne mal kurz hier raus scheiße oder hat einer eingemessert hinter dir kommen welche ja daneben nicht auf mich schießen ach so du bist genau richtig links rum sind sie abgehauen jetzt habe ich geladen dass sie sich dagegen seit ihr erschossen haben ich bin mir nicht sicher wird auf dich geschossen wieder ich habe mal eine tonne in die luft gejagt hoffen wir das noch mal ein erwischen hier scheiße da oben ich habe eben der müsste gucken ob er runterkommt der hat da oben irgendwas platt gemacht also der macht da oben gerade ein platt komm ich da hoch oh scheiße hast du sie fertig gemacht nee der ja was sind das ich bin zu hoch und sich erschossen ja ja die kommen jetzt auch rein halt damit wie viele leuten schießen die auf dich zwei waren das wenn du jetzt hier links guckst müssten sound vor sein ich habe fast das wasserglas umgehauen naja